Hier präsentieren wir die 5 besten In-Ear-Kopfhörer. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5 Losai TWSK 2. Liste zu starten Nummer 5. 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 Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Sennheiser CX-300II. Das nächste Modell in unserem Test ist der Sennheiser In-Ear-Kopfhörer. Jedes Produkt von Sennheiser wird den strengen Tests in seinem eigenen Klanglabor unterzogen, um den klaren und satten Klang zu erreichen. Dieser gute In-Ear-Kopfhörer besitzt ein einfaches Design, aber er sitzt fest im Ohr, sodass Sie nahezu 100%iger Isolierung von Außengeräuschen erhalten. Somit können Sie in die Welt der Musik eintauchen. Im Lieferumfang gibt es auch die Ohreinsätze unterschiedlicher Größe, sodass Sie die optimalen einfach auswählen können, abhängig von anatomischer Struktur der Ohrmuschel. Der 3,5 mm Stecker ermöglicht den Anschluss von Kopfhörer nicht nur an MP3-Player und Smartphone, sondern auch an teure Hi-Fi-Geräte. Nummer 2. Sony M-Drex 450 Ab-In-Ear-Kopfhörer Grau. Die Musikschwärmer wissen, wie gut die Klangqualität die Firma Sony bietet. Und das ist nicht verwunderlich, denn sie besitzt ihre eigene Plattenfirma Sony Music Entertainment. Der Sony In-Ear-Kopfhörer ist bis ins kleinste durchdacht 12 mm Neoderm-Treiber mit einzigartigen Design sorgen für hohe Empfindlichkeit und Verzögerungsfreiheit. Dieser In-Ear-Kopfhörer bietet auch den Frequenzbereich von 5 bis 25 000 Hertz und eine Impedanz von 113 Ohm. Das bedeutet, dass jedes Lied gut klingen wird. Es ist egal, ob Sie die Musikwerke von Johann Sebastian Bach oder die Rockhits von Rammstein hören, erhalten Sie sorgfältig gearbeitete Tiefe, klare, mittlere und hohe Töne. Und die Nummer 1 unserer Liste. Bose 741 776 0030. Es ist bekannt, um die körperlichen Aktivitäten mit Vergnügen zu machen, müssen diese mit Musik begleitet werden. Achten Sie auf den Bose In-Ear-Kopfhörer, mit dem Sie verschiedene Sportübungen einfach machen können. Dieser In-Ear-Kopfhörer wurde nach der unikalen Triport-Technologie hergestellt. Am Ohrhörer gibt es spezielle Öffnungen, so dass Sie tiefe Töne einfach genießen können. Im Lieferumfang gibt es auch einzigartige Steha-Ohreinsätze. Auf diese Weise sitzt der gute Kopfhörer in dem Ohr tief und zuverlässig. Es ist egal, ob Sie laufen oder joggen, Crossfit-Übungen machen oder Rad fahren, sitzt dieser In-Ear-Kopfhörer fest im Ohr.